Mein Name ist Gülcim Bayraktar, ich bin Vorsitzende des Vereins Tavia Vielfalt im Schussenthal. Und seit über 16 Jahren engagiere ich mich hier in der Region für Bildung, Toleranz und Vielfalt. Die Arbeit hier in der Region macht mir ganz besonders viel Spaß, weil ich tagtäglich erlebe, wie viel Ehrenamt und Engagement in dieser Region vorhanden ist. Nur gemeinsam können wir ein Zeichen setzen für Toleranz, Vielfalt und ein friedvolles Miteinander.